die ladezeiten sind aus der hölle und weg mit der so Dann muss ich mich rechts halten. Guck mal doch mal wo die Steuerzentrale ist. Ja, falls es euch nicht aufgefallen ist, ich habe eine neue Gruppe mitgenommen. Ich habe gedacht, ich wechsle mal ein bisschen hin und her. Ich habe es jetzt einfach mal Länge-Level-Abhängig gemacht. Das heißt, die, die am wenigsten gelevelt sind, habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. So, weg, 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 weg. Ja, ich werde einfach mal alle so ein bisschen durchgelevelt werden. Ah, ja, ja. Dahinten. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt dabei Premiere, unsere kleine KI und Silizia mit dem komischen kleinen Drachen. Ich glaube, also mit Maus und Tastatur ist es schon deutlich angenehmer zu spielen. Ja, so ungerichtig bin ich jetzt aber nicht aus. So ungerichtig bin ich jetzt aber nicht aus. Ja. 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 Ja, also auf jeden Fall ein Ego-Shooter mit Maus und Tastatur ist schon deutlich angenehmer zu spielen. Ja, ich wusste am Anfang nicht mal, dass es ein Ego-Shooter ist. Also ein Ego-Shooter halt. Ein Ego-Shooter. Ich bin ja nicht in der Ego-Perspektive. Ich habe gedacht, das wäre ein normales J-APG. Wow. Das ist jetzt der Monik. Dieser 했어요. Genau woanders? Headshots Ja stimmt Ja man, und da haben wir die Quest erfüllt So und da vorne sind gleich noch mehr Dann holen wir uns die doch auch noch Stirb Jochen Komm schon, komm schon, komm schon! Woho! 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 Ae, der Witzke! BAM! 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 Wo ist das, eine Lin? BAM! 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 was denn das ist eine schwachstelle nein daneben daneben da ist eine große wie kann man den übersehen ich habe auch nur ich oh jetzt 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 bam 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 komm schaden komm schon ich glaube das ist ein bisschen weit über meinem level wow lass weg damit komm schon komm schon bald haben wir ihn und bam komm schon wo bist du okay hab dich nein shit daneben oh fuck 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 super jetzt hast du schon jemand vorher bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen und mhm boah boah schießen da jetzt noch alles auf mich bleib bleib weg nicht what the fuck was war denn das für ein headshot ach fuck hä hä no wer war denn das jetzt no war das jetzt KI spieler oder waren das jetzt echt spieler da hoppala und weg mit euch sind denn das für welche sind denn das für welche stirb dann die geht auf ja nein alter wie stark sind die? macht ja gar keinen schaden jetzt kommen sie von allen seiten nun das für ne verarsche Aua, alter hat überall explodiert und geht ja schon wieder hinüber oder was? oh man! ich habe sogar gar nicht gecheckt was ich habe gegenüber, er hat mal auf mich geschossen zumindest gab es einen fetten Levelbooster aber irgendwie habe ich es jetzt trotzdem nicht gepeilt da standen wir daran die waren Level 8? what? und habe ich jetzt das riesen Viech erledigt oder haben das jetzt die Bots da jetzt gemacht? ich peils gerade absolut nicht mehr ja ich wollte aber eigentlich immer noch da hoch Jörg 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 er